hab ich jetzt eine wunderschöne treppe durch die wolken aus den wolken ist auch nicht schlecht da ist eine spinne aber ich finde das schön dass ich jetzt im ersten naja ich bin glaube ich so schon im dritten part obwohl wenn ich spawne ich lande ich lande ja beim spawnen beim haus ich kann jetzt gar nicht mehr verlieren so jetzt muss ich das ding mal wieder zu machen unser kaktus ich habe das haus falsch gebaut wenn ich das haus die treppe und die tür wenn man hier kamen war die hinten längst also wenn man hier kommt kommt jetzt dann mal hier hin jetzt haben wir die tüte es geht jetzt darum ich kann das ding nicht kaputt hauen ja kaspersky gibts uns mein kaspersky nervt voll ich meine ok es ist abgelaufen aber ich kriege eh bald ein neues warum habe ich die dinge eigentlich eingepflanzt ich brauche holz und schlanz keine bäume ich bin schlau ne so ein bisschen war weiß nicht wofür aber ich hätte stunden lang gehen kann jetzt bräuchte man eine angel weil mit der angel kann man sich auch tiere holen das schaf nehmen und hier hinziehen ey aber das fies ich schubst das schaft jetzt runter nein nicht hier hoch ich weiß es ist fies aber ich will das schaf sterben sehen das schaf ist gestorben wohl ein bisschen wird da dann schon an sand runter fallen wenn ich hier sand abhaue ne da fällt es nicht so viel ne da fällt es nicht so viel boah schon drei sand schon sechzehn sand meine ich ja noch ein schaf und kaktus ist auch ganz groß geworden der noch nicht obwohl ich kann trotzdem schon mal oben ab machen wir sind alle drei groß außer der kleine pimpf da man weiß es nicht und der auch nicht aber egal das ist ja der da von anfang an da war und leute ihr braucht es gar nicht fragen ich weiß gar nicht warum ich meine kaktus farm mache ach scheiße muss man besser aufpassen wohl das ist eine ganz gute gegner abwehr anlage genau damit brauche ich nur eine monster falle noch kein spawner aber monster spawner hier oben so direkt über der erde finden das schaff nur gronk und ich bin nicht gronk ich brauche mehr holz so ist das das ist glaube ich der dritte oder vierte tag der dritte ne warum ist der der dritte sein so die einzige gegner die uns jetzt irgendwas anhaben können sind creeper und ach hier sind wir ganz am anfang na klar wir bauen ja nur da drüber kann man das auch schon sehen von hier garantiert nicht das sieht auch so cool aus mal ebenso hier oben so ein spalt so in der insel so ok dann kann ich nochmal den baum ok ok so 1 2 3 4 ach hier ist direkt noch einer aber ist ein skelett gestorben Minecraft Musik die ich ein bisschen laut finde kann man ja es müsste so gehen oder ich weiß nicht ist jetzt zu leise ich kann das es nicht hören ich möchte ich möchte es dann auch ist wenn die aufnahme fertig ist egal falls euch fragt was man das knochen machen kann daraus kann man knochenmehl machen das kann man dann zum wolle färben machen benutzen ich glaube damals was für weiße wolle und jetzt glaube ich einfach nur so wolle zu erhellen so hellbraune wolle oder so entweder das oder man macht zu weiß das weiß ich nicht ich glaube man erhält damals was auf jeden fall das weiß ist aber das wird ja seit der beta 1.4 für geändert egal ja waren das cave geräusche ich bin direkt über einer cave kein gegnern ist nicht allgemein ist ja gerade nicht viel wie das ist bei dem speichern keine zahl geht doch naja es lag schon wieder es lag ach es geht wieder obwohl das ist schon kein lag mehr das ist ja das ist ja mein standbild wird würden Kühe töten, 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 Kühe töten Yeah, ich hab mit Chiefman, was mir voll egal ist Jetzt kommen wir mit unserem voll krassen Holzschwert Die sind mit zwei Schlägen tot Oha Was, Interesse Guck ich jetzt hier Ach, Monster töten muss ich jetzt Da ich das eh nicht mache Kann mir das voll egal sein So Wie sollt ihr es drei ausgehalten? Ich kann das gleich schon voll coole Rüstung machen Ja, keine coole, aber schon nur ganz ordentliche Leder voll Ja, ich hoffe wir schaffen die volle Rüstung Die volle Die volle Rüstung Wir wollen auf den hoch kommen Und das spät ist gleich schon kaputt Aber was ich jetzt noch mal kurz machen kann Ähm Ich mache extra zwei von jedem, weil wir haben ja nicht so viel Also wir haben nicht so viel, ich meine ähm, wir halten nicht so viel aus und damit ich dann schon mal eine zweite habe So, das einzige was wir mit einer Holzspitzhacke abbauen können ist Stein und Cola Und wir nehmen jetzt erst mal die Cola Das ist Cave Musik Ja, klar habt ihr das gehört Ich wollte jetzt fragen, ob ihr das gehört habt Außer der Ton ist zu leise Was ich nicht hoffe Ich habe jetzt keine Schaufel Und da das Ding eh nicht viel aushält Machen wir es doch mal damit Okay, wo war noch Kohle? Kohle Ich höre Wasser Ach, das ist über mir, genau Wenn das jetzt nur ein Kohle ist, boah Egal Jetzt nur noch weiter Jetzt noch mal